Hallo, hier bin ich wieder und heute freue ich mich euch ein weiteres selbstgebautes Lego Technik Modell von mir vorstellen zu können und zwar ist das hier meine selbstgebaute Lego Technik RC Pistenraupe. Das ist jetzt mal wieder ein Lego Technik Modell, das den S-Brick benutzt, dazu komme ich aber später noch genauer. Jetzt erstmal noch hier der komplette Rundumblick. Vorne an der Fahrerkabine hier gibt es auch noch ein paar kleine Features und zwar lassen sie hier erstmal die beiden Türen hier öffnen und auch der Scheibenwischer ist hier beweglich. Und jetzt komme ich auch schon zu den Funktionen von diesem Fahrzeug hier. Um das Ganze erstmal anschalten zu können, lässt sich dieses Seitenpanel hier auch nach oben klappen, darunter befindet sich dann der Akku und da das Ganze ja über den S-Brick getrieben wird, kann man das ja wieder über das Smartphone bedienen, der befindet sich übrigens hier vorne, der S-Brick. Und jetzt komme ich zu den Funktionen, einmal lässt sich das Schild nach vorne kippen und nach oben natürlich wieder und auch zur Seite. Hier nochmal der Mechanismus genau im Detail, nochmal nach oben und unten und nochmal zur Seite. Für das Kippen und für die seitlichen Bewegungen wird jeweils ein M-Motor benötigt. Ich komme hier nochmal schnell zum Heck, hier kann man den ersten M-Motor sehen. Man kann hier hinten auch noch irgendeine Gerätschaft oder irgendetwas anbringen. Hierfür gibt es die Halterung, die kann man auch drehen, je nachdem wie man sie benötigt. Und wenn diese Gerätschaft auch irgendwie einen Antrieb benötigt, kann man das hier anstecken, den Antrieb. Und dann über dieses kleine Getriebe hier unten den Antrieb dann dazuschalten. Und das wird dann auch über diesen M-Motor hier zusätzlich betrieben. Und die letzte Funktion ist dann noch die ganz normale Fahrfunktion eben. Das sieht dann so aus. Über diese beiden Ketten eben. Das Ganze wird von zwei L-Motoren betrieben, das kann man hier mal von unten noch genau sehen. Hier befinden sich die beiden Motoren. Und hier ungefähr ist noch der zweite M-Motor für die seitliche Neigung von diesem Schild hier. Ein zusätzliches Feature befindet sich hier vorne noch an dem Schild hier. Und zwar lässt sich das sehr einfach entfernen, damit man irgendwas anderes dran bauen kann oder für die bessere Geländegängigkeit. Und wie das abgeht, zeige ich euch schnell mal im Zeitraffer. So, jetzt kann man sehen, hier hat man das Schild dann als einziges Teil und noch ein paar Anbauteile. Das war's jetzt aber mal zur genaueren Beschreibung. Und jetzt werde ich damit rausgehen und euch dieses Fahrzeug mal in Aktion zeigen. So, jetzt können wir das jetzt. So, jetzt machen Sie das Du Debe. So, jetzt kommt es dann wieder zu, d으� und dann gehen wir auf, um den Ketten knifflühen hinzu. So, jetzt kommen wir jetzt mal wieder und kommen über, ganz gut einig. So, jetzt kommt es wieder nach unten. So, jetzt kommen wir dann die blue Ketten. So, jetzt macht es ein individuell. So, jetzt kommt es ein bisschen. So, jetzt sind wir da, dann. Oh, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt, ich meine. So, jetzt kommt es jetzt mal. So, jetzt geht's, jetzt mach's. Und das war meine selbstgebaute LEGO Technik RC Pistenraupe. Ich bin mit diesem Modell wirklich sehr zufrieden. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben oder vielleicht sogar abonnieren. Und dann hoffe ich wie immer, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.